Basti beschließt, Noah bei seinen Schulproblemen in Englisch zu helfen. Doch bei der Nachhilfestunde läuft es so gar nicht rund. In einer Lernpause bietet sich Katie, ganz zur Freude von Noah und Basti, spontan als Ersatzlehrerin an. Basti will Noah bei seinen Englischproblemen unterstützen. Katie bietet sich spontan als Ersatzlehrerin an. Basti ist entschlossen, Noah nach dessen schlechter Englischnote im Zeugnis während der Ferien auf die Sprünge zu helfen. Doch die Idee stößt bei Noah auf Widerwillen. Dementsprechend zäh läuft die Nachhilfe an. Bei einer Lernpause im Möllers Kitchen muss Katie eingreifen, bevor es zwischen Noah und Basti wieder zu einem Streit kommt. Sie bietet zudem spontan ihre Hilfe als englische Muttersprachlerin an. Basti ist begeistert, erst recht als Noah das Angebot gern annimmt und sogar große Fortschritte macht. Als Katie sich dann auch noch bereit erklärt, regelmäßig mit Noah zu lernen, ist Basti hin und weg. Am Abend schwärmt er Paula von Katies Hilfsbereitschaft vor. Doch als Paula zweideutige Bemerkungen macht, spielt Basti das sofort entschlossen herunter. Basti beschließt, Noah bei seinen Schulproblemen in Englisch zu helfen. Doch bei der Nachhilfestunde läuft es so gar nicht rund. In einer Lernpause bietet sich Katie, ganz zur Freude von Noah und Basti, spontan als Ersatzlehrerin an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.